Ich hab aber, ich hab, oh, noch schon 3 Ja, jetzt wird's vorne ans Bett gehen, Bett Ja, Bett Gott, 20 Blöcke auf, Digga Da war ein Loch im TT-Schutz, wo ich es reingespeefst hab Du kannst einfach reingehen dann im perfekten Moment Jetzt hab ich einmal was, also einmal noch rushen, Digga, ich will was tryen Ja, ich mach's jetzt einfach Passewort auf Bett Nice Stop Hatte ich einen Schlaganfall oder warum hört die sich an? Nein, das ist Cracky Digga, war ein bisschen mehr als Lüge von deiner Mutter, also wirklich Flipp, Flipp, Flipp Wer hat respekt Oh, du... Wird nur ich getroffen. Ja, hoffentlich. Äh... Oh, da... Nein, ich werde... Die Sandale genommen. Oh, halt das Maul schon. Kommen die. Erster, JJ. Ja, die machen was. Er hat eingesammelt. Hey, hinten, hinten, hinten. Oh mein Gott. Hab ich. Was ist der Knockback? Hä? Hä? Also, die Typen sind legit. Hä? Das ist safe, den Unwärts hier. Hä? Ja, selbst. Er ist durchgelaufen. Du bist da oben. Ja, und da sind jetzt auch drei auf einmal. Also... Kann den Ball wieder oben? Äh... Mach's jetzt. It was a very good call from my side. Ja, jetzt fangen die damit an, aber halt kaum leid. Über dir. Hast du gejobbt? Komms. Aufs Bett. Bett wäre offen. Ah. Ja, doch. Bett offen. Wo kamst du her? Ticker, ich habe so schnell wie möglich gemacht. Wo kamst du her? Kannst du kurz vor mir jetzt beim Mikro? Der fängt doch an. Ich bin gerade in der Base, weil ich habe gekonnt. Aber er hat das Bett. Ich bin gerade im Bett, Digga. Ja, Tim, bleibs! Sorry. Ja, wegen wir! 1 auf 7, danz noch am Bett. Michael! Hab ihn. Richard, hör auf! Hör auf! Sehr stark, sehr stark. Pet Holst, Pet Holst! Nein, nein, nein! Das ist... Du bist so ein Ehrenwitz. Scheiße, du bist ein Dick. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Da war der 18. Ey Jungs, wenn ihr gut seid, wollt jeder einzelne von euch vier Leute, die alle Eisenschwert Stärke haben. Ey, töte mich. Ich hab mich dann im Bett einbauen gleich. Ja, willst du dich im Bett einbauen? Ich nack dir weg. Ich würde dann ein bisschen racken, oder? Jetzt kommt einer unter uns. Wollen wir machen? Ja, dann mach. Ja. Ich mach, ich mach dein Eisenschwert. Pass auf der hintere. Ja, einfach hoch, oder? Ja, was? Schön, klar. Kannst reingehen, ich wohne nur noch des Dings. Komm hier, 2-1 den. Warte, warte, warte. Zeck dich hoch. Warte, komm mal her, komm mal her, ich zeck mich über ihn. Boah. Boah. Boah, die sind einfach nur schlecht. Ich glaub, das kommen den Dings jetzt. Ja. Der Dings. Ach, da alle oben bekommen, Digga, also. Oh mein Gott, du kleiner J***. Oh, Bode. Ja, Bode. Egal. Er ist wandelt. Er ist wandelt, hier rechts. Lass mich anders fiepen. Du Bett holen. Ja. Also. Er ist gewollt. Ja, ja. Der Akusa oder so. Vor der Stadt hat er nicht gebaut. Ich hab nur einen, wir können es halt holen. Oh mein Gott. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich hab nur das Schwert. Er hat mitgegeben, er hat mitgegeben. Soll ich irgendwie versuchen? Ja. Wir hätten elf Gold, ne? Hab den da unten, Tim. Was? So kann man, wie ich den in den Storm bekommen habe, Digga. Ich hab danach noch gepennt. Der Flawless. Ich bin warte, ich hab Stärke. Da hab ich so'n Typ push mich, glaub ich. Digga, warum spielen noch Big Banda eigentlich in Joss Hacks? Also bitte. Da würds mich ja jedes Mal abfacken, wenn ich mit 50 AC und durchbaulbar das Bett bekomme. Der kann gleich? Wenn einfach Bett weg ist. Der Penance Klein du, du. Der Penance Klein. Der Penance Klein. Der Penance Klein. Ihr IP steht immer am Namen. Ich glaub, es ist noch n'n Dünn Schiss, ne? Das ist halt du. Ich wurde gelockt. Ja. Das meinte ich. Das ist alleine der Base. Keiner kommt zurück. Keiner kommt zurück. Ja, jetzt holt Timothys. Danke. Ey. Wenn man mal einen Eisenpick gebraucht. Ich würde sagen, noch 5 CWs, dann können wir den RSX spielen. Hä? Jetzt gibt es zu viel. 5 CWs, dann bin ich CSGO spielen. Hoffentlich. Damn, make a ocean. Ich habe einen Eisenpäcker. Hallo? Hallo? Oskar ist so schlecht, na? Silly, silly, silly. Wett, 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 wett. Der ist absolut schlecht, hä? Oskar holt mich noch. Ist er noch schuld? Nein, Seren. Ach so. Ja, juck dir nicht. Ja, easy. Das ist jetzt unten. Jetzt kommt es unten hoch. Jetzt kommt es unten hoch. Ich gehe jetzt hoch. Hey, wake up. Sehr gut bin ich halt. Wenn ich das Bode verliere, dann spüre ich den mit. Oh. Was ist das Bode? Oben einmal Spam. Oben einmal Spam. Oben einmal Spam. Er kommt. Ich habe ihn alle 3. Super. Bow down. Oben. 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 Willst du locken? Ich bleibst weg. Okay, dann mach einfach was alleine. Wie auch immer du das. Also. Wirklich. Wie? Was ist passiert? Hä? Hab mich eingeworfen. Wett. Ja. 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 Vielen Dank.